Willkommen Schön, dass ihr damit da seid Ich darf euch jetzt alle und ihr und euch alle herzlich begrüßen von der Dr. Arne Rüßke von der Rosalixenburg-Stiftung Rüßel Ich bin der Nils Schäfer, ich habe das hier so ein bisschen organisiert Und ich habe mich freuen, dass ihr alle da seid, euch mit dem Thema heute beschäftigen wollt Harte Arbeit in der Festung Europa Die Veranstaltung ist im Rahmen der Veranstaltungsreihe Europa in Bewegung Wir sind sehr froh, dass wir ein Transpanel zusammengestellt haben Und die Moderatorin gewinnen konnten Das ist die Spitzenkandidatin der hessischen Nippe für die Europawahl Desiree Becker, die auch eine große Expertise in dem Thema hat Die arbeitet für Verdi und war selber auch in der Seenotrettung aktiv Hat also relativ Arbeitsproblematiken und Probleme, die Bepflichtete haben Und hat auch selber ihre Staatsexamensarbeit in dem Bereich Seenotrettung beschrieben Und genau, wir freuen uns, dass sie da ist Und ja, das Wort gehört dir, Isilie So, jetzt Ja, jetzt geht's Super Ja, Dankeschön Und danke auch fürs Organisieren Ich will erstmal anfangen Und unser Panel Hier vorstellen Und ich würde erstmal anfangen Mit Jörg Schasann Ich habe immer so gesagt Unser neuer und alter Bundestagsabgeordneter Jörg war in der vorherigen Legislatur im Bundestag Und ist jetzt im März Nach dieser Berlin-Wahl Praktisch wieder in den Bundestag reingerutscht Er sitzt Ja, nachgerutscht, reingerutscht Er sitzt unter anderem im Wirtschaftsausschuss Und Jörg ist ursprünglich Soziologe Genau, herzlich willkommen Dann darf ich heute in Vertretung von Letizia Anna Weyrich Vorstellen Sie ist auch bei Faire Mobilität Und wird uns auch gleich nochmal genau erklären Was man da eigentlich so macht Weil das ist alles ein bisschen komplizierter Sie berät vor allem auf Rumänisch In allen Branchen Und sie ist gleichzeitig auch Koordinatorin Für den internationalen Straßentransport Sie war selbst auch Wahrscheinlich kennen wir das hier in Hessen Vor allem in Gresenhausen aktiv Als dort die Kollegin Von die Lkw-Fahrer Gestreikt Im wilden Streik waren Genau Und sie wird uns bestimmt auch heute Ein bisschen was noch davon erzählen Schön, dass du da bist Genau Und dann haben wir Noch mal für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Nathalie Maurer Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin Und Co-Koordinatorin In der Refugee Law Clinic in Gießen Das ist so eine Rechtsberatung Für angekommene Geflüchtete Dort berät sie seit 2019 ehrenamtlich Und sie ist Doktorantin Im Unionsrecht Und europäischen Migrationsrecht Und heute ist sie nicht in ihrer Funktion Der Refugee Law Clinic Hier auf dem Podium Sondern bringt ihre Perspektive Als Wissenschaftlerin Und Rechtsberaterin Hier mit ein Und wir haben uns natürlich auch für heute Was überlegt Erstmal auch von meiner Seite Herzlich Willkommen Schön, dass so viele da sind Wir würden anfangen Zuerst mal mit Drei Einstiegsfragen Um so ein bisschen in die Thematik reinzukommen Und dann starten wir In insgesamt drei Fragerunden Und nach jeder Fragerunde Würden wir drei Fragen zulassen Also ihr könnt dann gerne Einfach eure Fragen stellen Und wir versuchen sie hier vorne zu beantworten Ich wäre Es wäre sehr gut Wenn ihr irgendwie von hier Regionale Veranstaltungshinweise Oder sonst was habt Die hinten könnt ihr Gerne eure Flyer dazu auslegen Wenn ihr wirklich bei diesen Fragerunden Einfach Fragen stellt Weil wir sonst zeitlich wahrscheinlich Ziemlich knapp sind Und dann gucken wir hinten raus Ob wir nochmal einen kurzen Werbeblock einbauen können Genau Wir sprechen heute über Arbeit Von EU-BürgerInnen Und von Nicht-EU-BürgerInnen In Deutschland Und was eigentlich die europäische Politik Damit zu tun hat Und wir starten einfach jetzt mal mit Anna Die ja bei Wie ich es eben schon gesagt habe Auch in Grevenhausen dabei war Und die Kollegen unterstützt hat Was denn faire Mobilität Eigentlich macht Ja, danke für die Einladung Faire Mobilität ist eine Beratungsstelle Die überwiegend vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziert wird Und vom DGB getragen Wir bieten an Kostenlose und vertrauliche Arbeits- und Sozialrechtsberatung Und zwar unabhängig davon Ob die Leute Gewerkschaftsmitglied sind oder nicht Beziehungsweise gerade für diejenigen Die das nicht sind Und deswegen Keinen Zugang zur Beratung durch ihre Gewerkschaft haben Und genau Für EU-Bürger Und das Besondere ist Also nicht nur das kostenlose Vertrauliche für Nicht-Gewerkschaftsmitglieder Sondern auch Dass wir das in den verbreitetsten mittel- und osteuropäischen EU-Sprachen machen Das heißt, ich bin als Beraterin für Rumänisch engagiert worden Ich spreche auch Russisch und berate auch immer mehr inzwischen auf Russisch Aber eigentlich ist meine Hauptsprache Rumänisch Das mit der Mobilität ist ein bisschen verwirrend Insbesondere, weil ich eben auch noch für Lkw-FahrerInnen besonders zuständig bin Aber Mobilität bezieht sich auf die mobilen Beschäftigten Also genau Ein Synonym für Arbeitsmigrantinnen Und die fair zu gestalten Möglichst oder einen Beitrag dazu zu leisten Unter den sehr schlechten Umständen Unser Hauptgeschäft ist also wirklich die Beratung Das heißt, ArbeitnehmerInnen rufen uns vor allem an Wenn sie entweder eine Information brauchen In der Regel aber, wenn sie schon ein Problem haben Und da gibt es also wiederkehrende Branchen Mit denen wir besonders viel zu tun haben Woraus dann auch resultiert ist Dass wir jetzt so seit etwa zwei Jahren eben KoordinatorInnen für diese Branchen haben In denen besonders häufig die Probleme auftauchen In Frankfurt haben wir super viel mit Beschäftigten vom Bau zu tun Saisonal bedingt mit der Landwirtschaft Heute habe ich den ganzen Tag im Radio gehört Dass heute die Spargelsaison losgeht Da werden wir auch jetzt regelmäßig dann auch auf die Felder gehen Also das machen wir ergänzend zu dem, dass wir erreichbar sind per Telefon und so weiter Wir gehen auch dahin, wo wir glauben, die Leute anzutreffen Die besonders prekär beschäftigt sind Und die vielleicht von unserem Beratungsangebot auch noch nichts wissen Fleischindustrie ist sowas Damit haben wir in Frankfurt nicht so viel zu tun Weil die ganzen Schlachthöfe eher in NRW, in Bayern, Baden-Württemberg und so weiter sind Aber jetzt faire Mobilität gibt es bundesweit Also es gibt 13 Beratungsstellen in ganz Deutschland Ist vielleicht auch sehr wichtig Häusliche Betreuung, was man so als 24-Stunden-Pflege auch bezeichnet Wo schon ja Teil des Problems drinsteckt Dass da eine Person den Job macht Den eigentlich nach Arbeitszeitgesetz drei Leute machen müssten Dann CAP, also Kurier- und Paketdienstleistungen sehr viel Und eben Lkw, internationaler Straßentransport Das sind die Branchen, wo wir jetzt wirklich auch nochmal so eine Expertise ausgebildet haben Aber wir haben auch super viel Gebäudereinigung und so weiter Also auch aus anderen Branchen Und die Besonderheiten ergeben sich dann jeweils Also was sind die besonderen Probleme Oder wie unterscheiden sich die Probleme in den Branchen Viele sind gleich Aber einerseits durch die Rekrutierungsmechanismen Also wie finden die Leute diese Jobs Wie geraten sie in die Jobs rein Weil das natürlich schon so ein bisschen Auch die Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter vorbestimmt Für die Beratung ist natürlich auch ganz wichtig Ist das etwas, was in einem Betrieb stattfindet Wo die Leute mit ihren Kolleginnen und auch den Vorgesetzten zusammen sind oder nicht Also Lkw-Fahrende sind in der Regel alleine unterwegs Bei der Spargelernte ist man in der Gruppe Und die Vorarbeiterin ist halt auch häufig mit dabei Im Fleischbetrieb sind die Leute im Betrieb Das macht natürlich für die Beratung Und aus gewerkschaftlicher Sicht für die Organisation Einen Riesenunterschied Und dann ist natürlich auch die Frage Welche rechtlichen Regelungen gibt es Die uns dann halt auch helfen Gegebenenfalls Die Ansprüche der Beschäftigten mit durchzusetzen Das unterscheidet sich eben auch von Branche zu Branche Aber in all diesen Branchen wird gegen Recht verstoßen Also Beschäftigte werden vor allem systematisch desinformiert Und dabei werden sich natürlich auch fehlende Deutschsprachkenntnisse Zunutze gemacht Indem den Leuten Dokumente vorgelegt werden Die sie dann überhaupt nicht verstehen Und wo natürlich auch darauf gesetzt wird Dass die Leute sich auch keine Hilfe suchen Oder dass sie es schwer haben, sich Hilfe zu suchen ohne Deutschkenntnisse Ja Dankeschön Dann Also wir hatten ja In Gräfenhausen Das erste Mal tatsächlich Die Anwendung vom deutschen Lieferkettengesetz Und das wird glaube ich auch öfter mal verwechselt Es gibt noch die Lieferkettenrichtlinie auf EU-Ebene Das ist eigentlich das Was jetzt irgendwie in den letzten Monaten so viel in den Nachrichten war Weil das Lieferkettengesetz in Deutschland gibt es schon seit jetzt bald anderthalb Jahren Und da wäre so die erste Frage auch an die Politik Welche Auswirkungen haben denn überhaupt europäische Richtlinien auf deutsche Politik Und vor allem auch auf prekäre Arbeitsbedingungen Weil wir haben das natürlich oft Dass die Geflüchtete oder EU-BürgerInnen Die Lkw fahren oder pflegen müssen Meist auch wirklich in prekärer Arbeit stecken Also es sind nicht die Ingenieure Die da beraten werden Genau und da würde ich erstmal an Jörg weitergeben Also grundsätzlich ist es so Und dass diese Gesetze, die den Einsatz von EU-Bürgern in anderen EU-Ländern regeln Alle auf europäischer Ebene verabschiedet sind Das Wichtigste ist weniger das Lieferkettengesetz Was jetzt vielleicht in Zukunft nochmal eine größere Rolle spielen wird Aber vielleicht habt ihr es schon mal gehört Das sogenannte Entsendegesetz Beziehungsweise die Entsenderichtlinie In der geregelt wird Wenn jemand aus Rumänien Oder aus einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Europäischen Union Jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Nach Deutschland kommen will Und hier arbeiten möchte Und diese ganze Regelung ist so Dass wir eine Wie soll ich das jetzt nennen Ein Ungleichgewicht haben Zwischen dem Was man an Freiheiten formal einräumt Also völlige Freiheit der Bewegung Für jeden Einzelnen im Rahmen der Europäischen Union Man kann, man hat das Recht Überall hinzugehen und arbeiten zu gehen Aber die Bedingungen unter denen man das tut Sind in jedem Land vollständig unterschiedlich Und dass dieser grundlegende Wie soll ich sagen Konstruktionsfehler der Europäischen Union In allererster Linie eine Wirtschaftsunion zu sein Die die Verwertungsbedingungen Ich sag das jetzt mal so Für das Kapital Vor allen Dingen verbessern soll Und aber nicht Nicht daran arbeitet Oder nicht Und zu wenig darauf achtet Dass auch soziale Gleichheit geschaffen wird Damit die Menschen Die da woanders hin arbeiten wollen Nicht untergehen Nicht übermäßig noch ausgebeutet werden Nicht übers Ohr gehauen werden Muss man mal sagen Oder zum Drehen ist es ja noch schlimmer Als übers Ohr gehauen werden Das ist in der europäischen Rechtsprechung zu wenig Und wird auch von den einzelnen Mitgliedstaaten Sehr unterschiedlich umgesetzt Interessanterweise Das nur als Punkt Wir müssen ja nachher nochmal ein paar Konkretere Sachen nennen Ist es inzwischen aber sogar so Dass auf EU-Ebene Mehr Gedanken sich Also angestellt werden Wie man diesen Konstruktionsfehler Wenigstens ein bisschen korrigieren kann Als das zum Beispiel in Deutschland selber ist Also es gibt eine Einen Versuch Die Entsenderichtlinie neu zu regulieren Es gibt eine Initiative der EU Die Tarifbindung In den Mitgliedstaaten entschieden zu erhöhen Das ist in Deutschland höchst umstritten Also da tut sich etwas auf EU-Ebene Und jetzt ist es auf einmal Ein Land wie Deutschland Was von dieser Arbeitsmigration Am stärksten profitiert Ist jetzt dasjenige Das sich da zum Teil quer stellt Man kriegt es mit Wenn die FDP da mal wieder was boykottiert Aber es ist nicht nur die FDP Ja und es lässt sich eigentlich auch dazu sagen Dass natürlich auch Also dass Die Umsetzung auch von der Lieferketten Richtlieferkettengesetz Soweit ich weiß Auch im Koalitionsvertrag stand Genau Und das vielleicht nochmal kurz einzuordnen Also Richtlinien sind in der EU Praktisch Vorgaben Die binnen einer bestimmten Zeit In Recht umgewandelt werden müssen Und dann gibt es noch Verordnungen Verordnungen müssen direkt umgesetzt werden Das heißt Eine Richtlinie kann Immer nochmal ein bisschen mehr Auf die Bundespolitik angepasst werden Vielleicht das so zur Einordnung Und Nathalie kann mich auch berichtigen Wenn ich jetzt etwas Falsches gesagt habe Wenn wir über illegalisierte Beschäftigung auf EU sprechen Was ist denn überhaupt damit gemeint Und welche Also welche Ausgangslage Haben wir da Weil ich habe dann immer so ein bisschen im Kopf Wie man irgendwie illegal auf irgendeinem Feld arbeitet Ohne Arbeitsvertrag Aber da gibt es ja ein viel weiteres Spektrum Ja das stimmt Vielen Dank liebe Daisy Für die erste Frage Und auch von mir herzlich willkommen zur Einordnung zunächst Bei der Refugee Law Clinic beraten wir Menschen Die im Asylverfahren sind Primär in Vorbereitung auf die Anhörung Bei dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Also ich berate nicht Personen Die sich in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigen Sondern ich beschäftige mich im Rahmen meiner Forschung Damit auf EU-Ebene Genau Und da gucke ich mir eben an Wie illegalisierte Beschäftigung von Migrantinnen Im Unionsverfassungsrecht Also in den Verträgen der Europäischen Union geregelt ist Mit Migrantinnen meine ich damit Drittstaatsangehörige Also sprich ich gucke mir nicht die Situation von EU-BürgerInnen an Die ja insbesondere die ArbeitnehmerInnen Freizügigkeit genießen Und freizügigkeitsberechtigt sind Dass sich da natürlich in der Praxis sehr sehr viele Probleme stellen Gerade weil dann die einzelnen Voraussetzungen der Freizügigkeitsrichtlinie Auch nicht erfüllt werden Und der Aufenthalt dann langfristig nicht gesichert ist Was insbesondere an Einkommensvoraussetzungen scheitert Darauf kann ich nur an der Oberfläche eingehen Ja, um deine Frage zu beantworten, Daisy Möchte ich jetzt auf zwei Aspekte näher eingehen Und zwar zum einen auf den Aspekt der illegalisierten Beschäftigung Und dann auf die Ebene des Unionsverfassungsrechts Also auf die Politikbereiche Wenn wir über illegalisierte Beschäftigung sprechen Dann ist es erstmal ganz wichtig Dass hier mehrere Ebenen miteinander in Verbindung kommen Also wenn ich mir diesen Begriff angucke Gucke ich mir primär die aufenthaltsrechtliche Perspektive an Also sprich, die ArbeitgeberInnen Sanktionsrichtlinie Die es seit 2009 auf EU-Ebene gibt Sagt, eine Person ohne Aufenthaltsstatus Darf nicht beschäftigt werden Das ist verboten Und wenn eine ArbeitgeberInnen das dennoch tut Dann drohen ihr Sanktionen Aber dieses ohne und mit Aufenthaltszitel beschäftigt zu werden Dann ist es unzureichend, um diese Illegalität in ihrer Gänze überhaupt erblicken zu können Also zum einen kann das an diesen Aufenthaltsstatus geknüpft sein Denn manche Menschen haben aber auch ein Aufenthaltsrecht Aber auch keinen Zugang zu einer Beschäftigung Das kennen wir zum Beispiel von Personen im Asylverfahren Die in den ersten sechs Monaten Jetzt nach der Reform von dem Beschäftigungsverbot Wenn sie noch in der Erstaufnahmeeinrichtung leben Nicht arbeiten dürfen Oder eben Menschen, die nur beschränkt In der Beschäftigung nachgehen dürfen Wie Studierende, die einen Aufenthalt zu Studienzwecken haben Dann kann sich diese Illegalität aber auch nur zeitlich ergeben Zum Beispiel kann ein Aufenthaltstitel entzogen worden sein Weil man einen Job verloren hat Und der Aufenthalt auf diese Beschäftigung geregelt wurde Und dann zum anderen kann es sich auch hinsichtlich eines räumlichen Bereichs In der Europäischen Union begeben Dass sich im einen Mitgliedstaat arbeiten darf Aber im anderen nicht Und wichtig ist, dass trotz dieser Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht In der Arbeitgeberinsentionsrichtlinie vorgesehen wird Dass ein Beschäftigungsverhältnis trotzdem vermutet wird Also sprich, dass so eins vorliegt Auch wenn keine Sozialversicherungsbeiträge etc. gezahlt werden Und kein Aufenthaltsrecht besteht Ja, wenn wir uns dann die Ebene des Unionsverfassungsrechts angucken Also sprich, wir haben jetzt geklärt Illegalisierung ist ein bisschen mehr als nur Kein Aufenthalt oder eben schon einen Dann sind unterschiedliche Politikbereiche betroffen Die das Ganze auch noch erschwerend komplizieren Zum einen die Einwanderungspolitik Die Union kann Einreise- und Aufenthaltsbedingungen regeln Und das tut sie auch Aber das tut sie in Sektoren Das wurde hier gerade schon angesprochen Dass das sich sehr unterscheidet Ob eine Person Saisonarbeiterin ist Oder hochqualifiziert ist Und da sehen wir auch schon das Was Jörg gerade zutreffend beschrieben hat Dass die Union da eine Richtung eingeschlagen hat Um nach dem wirtschaftlichen Nutzen von Personen vorzugehen Und da die Rechte eben an die soziale Klasse An die Qualifikation knüpft Jetzt möchte ich am Anfang nicht ganz so viel sagen Dann haben wir noch den Bereich der Sozial- und Beschäftigungspolitik betroffen Wo die Union eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen vorsieht Aber gleichzeitig erstmal auf dem Papier Keine Kompetenz dazu hat Die Beschäftigungsbedingungen von Drittstaatsangehörigen zu regeln Die sich unrechtmäßig aufhalten Die Rechtsprechung des EuGH hat da aber ein bisschen was zu beigetragen Dass sich die Union dann nicht so einen schlanken Fuß machen kann Und zum anderen ist auch noch die strafrechtliche Ebene berührt Also wenn wir es mit ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen zu tun haben Jetzt kommen wir auch in den Bereich des Menschenhandels Der hier berührt ist Meine Beobachtung ist Dass die Europäische Union in diesen einzelnen Politikbereichen So ein bisschen macht, was sie will Und da die ganze einheitliche Sicht fehlt Und genau Und mein Ziel ist, dass die Menschenrechte Also sprich die sozioökonomischen Menschenrechte Von illegalisiert Beschäftigten eine größere Bedeutung bekommen Und man gucken kann Wie kann man diese Konstruktionsfehler denn anpassen Und wie kann man da zu einem ganz einheitlichen Bild sorgen Denn es macht keinen Sinn, wenn man sagt Wir wollen eine Mindestzeitarbeitsrichtlinie Wir wollen eine Mindestlohnrichtlinie Wir wollen, dass ArbeitgeberInnen umfassend verpflichten etc. Aber gleichzeitig SaisonarbeiterInnen entlassen können Wenn ihre ArbeitgeberInnen Menschen nicht ordentlich anstellen Also genau, das ist so ein bisschen der Rundumschlag Dankeschön So, das wäre jetzt erstmal drei Fragen zum Einstieg Und wir würden jetzt mit der ersten Fragerunde beginnen Also ihr könnt gerne, wenn ihr dazu Fragen habt, das aufschreiben Und wir gucken, dass wir euch dann nach der ersten Fragerunde auch schon dran nehmen Ich würde mit Anna starten Und mit der Frage, was denn eigentlich prekäre Arbeitsverhältnisse in Bezug auf EU-BürgerInnen Also jetzt sind wir bei denen, die in der Europäischen Union eine Staatsbürgerschaft haben Genau, begünstigt Ja, also für mich stellt sich da natürlich erstmal die Frage Was verstehen wir unter prekären Arbeitsbedingungen Oder erstmal die Zustandsbeschreibung Was ist das denn, womit wir zum Beispiel in der Beratung besonders viel zu tun haben Also eigentlich in fast allen Fällen immer Unterbezahlung Also sowieso reden wir in all diesen Branchen eigentlich immer nur über den Mindestlohn Dass jemand auch schon auf dem Papier auch nur mehr zugesprochen bekommt Als den Mindestlohn ist halt total selten Und die wenigen allgemeinverbindlichen Branchenmindestlöhne, die es noch gibt Die liegen ja auch kaum über den gesetzlichen Mindestlohn Das heißt, wir haben es regelmäßig damit zu tun Dass entweder Löhne gezahlt werden, die sowieso unter diesem Mindestlohn auch noch liegen Wir haben es häufig, also ganz, ganz häufig damit zu tun Dass Leute sehr, sehr lange Arbeitstage haben Aber nur zum Beispiel in 8-Stunden-Tag oder sowas gezahlt bekommen Das heißt, dass die jede Menge Überstunden, wenn man das so nennen will Die gemacht werden, einfach nicht bezahlt werden Wir haben es ganz häufig zu tun mit ungerechtfertigten Abzügen vom Lohn Das gibt es insbesondere bei den PaketzustellerInnen, bei den Lkw-Fahrenden Da wird immer irgendwie ein Grund gefunden Ein Kratzer am Auto, zu viel Benzin verbraucht oder irgendetwas Und sehr, sehr oft auch, und das ist eigentlich auch der häufigste Grund, warum sich Leute an uns wenden Also Kündigung, häufig auch mündlich und so weiter In Verbindung mit Nichtbezahlung des letzten Lohns Also man kann eigentlich sagen, standardmäßig, wer in diesen Branchen gekündigt wird Da wird auch erstmal das Geld, das jetzt noch nicht bezahlt war, auch nicht ausbezahlt Man kann es ja mal drauf ankommen lassen Diese Leute können sich ja auch, also wird dann gehofft, dass die Leute sich nicht beschweren Und auch keine Unterstützung haben Also da kommt man ja schon in so einen Bereich einfach Der auch teilweise was mit undokumentierter Arbeit Früher hat man gesagt, Schwarzarbeit, ich sage das nicht so gerne Zu tun hat, weil einfach für einen Teil der Arbeit der gesetzliche Mindestlohn nicht bezahlt wird Dann aber natürlich auch sowas wie fehlende Versicherungen Leute werden zur Krankenversicherung nicht angemeldet Doppelte Abhängigkeit ist ein großes Problem, insbesondere in der Leiharbeit Dass Leute dann auch, es ist natürlich auch erstmal praktisch Wenn ich aus einem anderen Land komme, mich nicht auskenne mehr Wird die Unterkunft mitgestellt Aber gleichzeitig ist es erstens so ein Einfallstor für Willkür Was man für die Miete abzieht Aber eben dann auch diese doppelte Abhängigkeit Wenn ich mich jetzt mit dem Arbeitgeber anlege Dann schmeißt er mich raus und dann stehe ich halt auch auf der Straße Und was begünstigt das jetzt alles? Das war ja eigentlich die Frage Also natürlich die Notlagen, die die Menschen dazu überhaupt bewegt Sich auf sowas einzulassen Also das ist ja völlig klar, dass niemand in einem deutschen Schlachthaus arbeitet Weil das irgendwie was ist, was man sich gewünscht hat als berufliches Ziel Sondern das tut man, weil dort, wo man sonst wohnt, es schwierig ist, für den Unterhalt aufzukommen Und weil man hofft, dass man in unserem Fall in Deutschland besser, schneller, mehr Geld verdienen kann Auch zu besseren Bedingungen Also natürlich werden Leute auch desillusioniert Weil es teilweise immer noch die Vorstellung gibt Und dass in Deutschland mehr Recht vorherrschen würde Also in anderen Ländern, was natürlich nicht der Fall ist Dann auch die fehlenden Alternativen Also ich merke, bei dem Job, den ich habe, läuft es überhaupt nicht gut Ich werde ausgebeutet, ich kriege mein Geld nicht Aber ich weiß nicht, was ich alternativ machen soll Vor allem, weil in den Jobs, die mir auf diesem Oder die unseren Ratsuchenden auf diesem Arbeitsmarkt angeboten werden Herrschen halt überall die gleichen Probleme Es sind, wie gesagt, fehlende Sprachkenntnisse Die auch dazu führen, dass zum Beispiel total häufig Leuten Papiere vorgelegt werden Ja, ja, das musst du unterschreiben, damit was auch immer Vielleicht wird auch gar keine Erklärung gegeben Das braucht es irgendwie, damit du jetzt den Job machen kannst Und die Leute unterschreiben alle möglichen Dinge Die sie erstens nicht verstehen Und die zweitens für sie auch nicht vorteilhaft sind Bis dahin, zum Beispiel schon einen Blanko-Aufhebungsvertrag Beim Einstellen mit zu unterschreiben Damit dann der Arbeitgeber, wenn der Ratsuchende oder die Ratsuchende unbequem wird Das einfach zack, zack ausgefüllt werden kann Und es so aussieht, als sei das im gegenseitigen Einverständnis Und dann keine Kündigungsklage mehr Möglich ist Natürlich auch fehlende Kontrollen Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsthema Aber natürlich werden auch all diese Missstände nicht kontrolliert Also ich habe, wie gesagt, vor allem mit Lkw-Fahrenden zu tun Also oder der größte Prozentsatz meiner Ratsuchenden sind Lkw-Fahrenden Und ich frage die immer wieder Ja, wurdet ihr denn schon mal kontrolliert? Ja, es werden Lenk- und Ruhezeiten kontrolliert Es wird auch mal kontrolliert, wie die Ladung da verstaut ist Aber ich habe in meiner Beraterinnentätigkeit noch keinen einzigen Lkw-Fahrer getroffen Dessen Lohn jemals kontrolliert wurde Daraufhin, ob der Mindestlohn eingehalten wird Und das passt dann auch sehr gut damit zusammen Dass ich auch eigentlich noch keinen Lkw-Fahrer getroffen habe Der den Mindestlohn bekommt Ja, und auch Das Thema hattest du ja schon angedeutet Aber genau, ich weiß, ich muss zum Ende kommen Fehlende Verantwortung in der Lieferkette Können wir gleich nochmal drüber reden Ist natürlich auch immer total wichtig Dass das auch immer im Auftrag von großen Unternehmen geschieht Die da keine Verantwortung übernehmen Alles gut Ja, ähnliche Frage Was begünstigt denn prekäre Arbeitsverhältnisse In Bezug auf Menschen Die sich ohne sicheren Aufenthalt in Deutschland befinden? Ja, zum einen sind es ziemlich ähnliche Gründe Die gerade schon vorgetragen worden sind Aber der wohl wichtigste Faktor ist der unsichere Aufenthalt als solcher Denn Menschen, die abschiebbar sind Sind natürlich besonders verwundbar Und abhängig von ihren ArbeitgeberInnen Und hinzu kommt auch noch die eingeschränkte Möglichkeit Mit der Beschäftigung, die ausgeübt wird Tatsächlich auch den Aufenthalt zu legalisieren Also sprich einen Aufenthaltstitel zu bekommen Und dann stellt sich natürlich auch noch die Schwierigkeit Dass die Ansprüche, die zwar auf dem Papier bestehen Dann aber eben auch nicht tatsächlich durchgesetzt werden Weil natürlich die Angst vor der Abschiebung besteht Dann, neben diesem unsicheren Aufenthalt als solchen Kommen auch noch tatsächliche Umstände Und die Rechtslage, die dann dazu beiträgt Dass die beiden Faktoren unsichere Beschäftigungsverhältnisse begünstigen hinzu Tatsächliche Umstände sind solche wie das Geschlecht Wir haben hier gerade auch schon zutreffend berichtet bekommen Dass insbesondere Hausangestellte Also die, die rund um die Uhr arbeiten Natürlich überwiegend Frauen sind Und da spielt eben das Geschlecht eine besondere Rolle Aber auch Männer leiden unter dem patriarchalen und sehr gegenderten Arbeitsmarkt Das darf man nicht vergessen in den Sektoren Gerade in der Landwirtschaft und in der Baubranche Das Geschlecht ist also eine wesentliche Rolle Aber eben auch die soziale Klasse Also sprich, die Qualifikation Die bemisst, welchen Zugang habe ich zu Bleiberechten Und vor allem auch, wie gut kann ich denn überhaupt meine Arbeitsbedingungen geltend machen Also insbesondere hochqualifizierte ForscherInnen in der Europäischen Union Haben hinreichende Mobilitätsrechte Können ihren Arbeitgeber wechseln, etc. Das sieht natürlich bei Menschen in der Saisonarbeit ganz anders aus Und hinzu kommt dann eben noch, dass die einzelnen Sektoren natürlich sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen mitbringen Das unterscheidet sich nicht wesentlich bei Menschen, die keinen Aufenthalt haben Zur Rechtslage, die diese Faktoren noch bestärkt Es einmal festzustellen, dass es bei Arbeitgeberinspektionen eine Meldepflicht gegenüber Ausländerbehörden gibt Und deswegen natürlich auch die Angst sehr groß ist, dass man bei solchen Inspektionen gefunden wird Und eben abgeschoben wird Also sprich, es ist ja gut, die Rechtslage tatsächlich auch Das einzuordnen und zu gucken, wird das eingehalten vor Ort Aber das bedeutet eben auch für Menschen, sie sind danach weg Und das Problem ist auch, dass es keinen Aufenthalt für Menschen gibt Die dann aber von Menschenhandel betroffen sind Der langfristig und tatsächlich gesichert ist Um so eine Klage überhaupt auch durchzusetzen Also der ist nur zeitlich begrenzt während des Klageverfahrens Der Arbeitgeber in der Regel tritt aber gar nicht auf vor Gericht Und dann hat man eine Person da sitzen, von der man weiß Alles klar, das Klageverfahren ist vorbei Deinen Aufenthalt können wir nicht legalisieren Deswegen ist das Interesse natürlich auch nicht besonders hoch Dann in so einem Klageverfahren dann auch tatsächlich mitzuwirken Dann natürlich die Durchsetzung der Arbeitsrechte Auch ein Problem, keine Kenntnis von der Rechtslage Wenig gewerkschaftliche Anbindung Wenig Beratung und Unterstützungsangebote Und die Definition der ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse Wird im Sinne des Strafrechts in Deutschland auch sehr eng ausgelegt Also es geht um eine wirtschaftliche Ausbeutung Wenn ein angemessener Anteil des Lohns der Arbeitnehmerin verbleibt Dann ist es schwer, ein solches ausbeuterisches Arbeitsverhältnis anzunehmen Häufig ist zumindest in manchen Branchen nicht unbedingt die Bezahlung das größte Problem Sondern auch die Abhängigkeit und die fehlende Sicherheit Die Unattraktivität in ein legalisiertes Beschäftigungsverhältnis zu wechseln Natürlich auch erheblich stärken Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Film Solidarity Crimes Da geht es um Personen, die in der Landwirtschaft in Italien beschäftigt werden Da gab es so eine Kampagne, die heißt No-Cup-Kampagne Und dann wurden die Menschen in ein legalisiertes Beschäftigungsverhältnis übergeleitet Und die haben gesagt, hier, ich habe viel besser verdient Als ich noch kein Beschäftigungsverhältnis hatte Jetzt zahle ich das, das, das Am Ende des Tages bleibt gar nichts dafür übrig Ich möchte woanders hin Also das ist natürlich auch so eine Sache In dem Moment, in dem wir Leute im Niedriglohnsektor festhalten Sind es natürlich auch erschwerende Arbeitsbedingungen, die es da schwierig machen Und jetzt würde ich gerne nochmal auf die Lage in Deutschland eingehen Also bestimmt ist auch vielen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0 Und der Turbomarkt, die Turbo-Integration von Geflüchteten im Arbeitsmarkt etc. In Begriff Die Ampelregierung hatte sich vorgenommen, das Aufenthaltsgesetz anwendungsfreundlich darzustellen Es wurde erheblich kompliziert Also die Möglichkeiten im Asylverfahren zu arbeiten Sind angepasst worden Zwar von sechs statt neun Monaten Bei einer Zuweisung in eine Gemeinschaftsunterkunft ist es gleich geblieben Und bei Personen von sicherem Drittstaat, aus sicheren Herkunftsstaaten Hat sich das auch nochmal nach Stichtagsregelungen verkompliziert Und auf einen Aspekt möchte ich besonders eingehen Weil Daisy gesagt hat, dass der hier von Interesse ist Und zwar die Ausbildungsduldung Beziehungsweise der Ausbildungsaufenthaltstitel Die Ampelregierung hatte sich vorgenommen, diese Ausbildungsduldung abzuschaffen Dann hat man aber gemerkt Als man diesen Aufenthaltstitel gemacht hat Da sind so viele Fehler drin Wir schaffen es gar nicht, die Leute überhaupt in diesen Aufenthaltstitel zu bringen Zum einen, weil es bestimmte Erteilungsvoraussetzungen gibt Die für so einen Aufenthaltstitel bestehen müssen Die Identität muss geklärt sein Man muss seinen Lebensunterhalt sichern Das war bei der Duldung eben nicht der Fall Und deswegen war es dann auch für die Menschen mehr möglich In einer Ausbildungsduldung zu sein Naja, long story short Es gibt jetzt die Ausbildungsduldung und den Ausbildungsaufenthaltstitel Also das hat die Sache nicht vereinfacht, sondern eben verkompliziert Man muss gucken, können wir den Lebensunterhalt nicht durch eine Berufsausbildungsbeihilfe zum Beispiel sichern etc. Und was eben auch wichtig ist Es geht nicht um die persönlichen Interessen und Fähigkeiten der einzelnen Personen Denn so ein Aufenthalt könnte zum Beispiel auch beim langen Aufenthalt Auch schon über eine gute Integration geklärt werden Dann könnte eine Person unabhängig zum Beispiel auch noch ein Studium anfangen etc. Aber das ist eben in dieser Konstruktion sehr schwierig Im Einzelnen können wir gerne nachfragen klären Ich habe es jetzt erstmal angeschnitten Ja, welche wirtschaftspolitischen Ausgangsbedingungen begünstigen denn prekäre Arbeit? Also wir haben ja in Deutschland sehr viel prekäre Arbeit Wie, also vielleicht kannst du so ein bisschen erklären aus politischer Sicht Wie konnte es denn zu sowas kommen, dass es überhaupt solche Situationen gibt? Naja, die kurze Antwort wäre der Kapitalismus Weil das ein Wirtschaftssystem ist, das darauf beruht, dass sich private Kapitalbesitzer Auf einem mehr oder weniger freien Markt in Konkurrenz zueinander versuchen, größtmöglichen Profit zu machen Und das ist der Kern der ganzen Geschichte Deshalb wird jede, im schlimmsten Falle, jede Möglichkeit ausgenutzt Um genau das auch im Zweifelsfalle auf dem Rücken der eigenen Beschäftigten durchzuführen So, die Antwort darauf ist Kapitalismus abschaffen Ja, bin ich unbedingt dafür Ist aber jetzt wahrscheinlich bei der Europawahl noch nicht das Thema Die andere Sichtweise wäre jetzt zu sagen, aus einer konventionelleren wirtschaftspolitischen Betrachtung Dass der Arbeitsmarkt in einer Weise geregelt ist, die nicht optimal ist Weil das Ergebnis ist, dass Menschen geschädigt werden Und dass für die Gesamtgesellschaft kein optimales Ergebnis herausbekommt Weil die natürlich all diese Geschichten, die wir jetzt eben hier so gehört haben, auffangen muss Das würde bedeuten, dass der Staat gefordert wäre, diesen Arbeitsmarkt anders, besser, sinnvoller zu regulieren Und genau das ist die politische Auseinandersetzung, die geführt wird Und ein dritter Blickwinkel wäre jetzt, nur damit das auch nicht vergessen geht Den einer klassenmäßigen Sicht Natürlich geht es da um vollständig unterschiedliche Interessen, die dort ausgetragen werden Zwischen den Menschen, die nichts anderes haben als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen können Und die auch gar kein anderes Einkommen haben Also, ich meine, wir haben das ja zum Teil in der Corona-Krise Dramatisch erlebt, was passiert, wenn man gerade von dem nehmen muss, was man in einem Monat an Einkommen hat Und wenn das wegfällt, dann ist es vorbei Und eben der Gegenseite, die Jetzt sind nicht alle Kapitalisten irgendwie böse Menschen Das ist eine Systemfrage, aber die eben in anderer Weise damit umgehen können Und deshalb ist es wichtig, dass man die Beschäftigten darin bestärkt, ihre Interessen auch eigenständig und selbstständig durchzusetzen Da ist die Beratung wichtig, da sind die Gewerkschaften wichtig Aber da ist natürlich auch die gesellschaftliche Solidarität mit den Kämpfen, die dort geführt werden, außerordentlich wichtig Jetzt, also zwei Sätze darf ich noch sagen, weil ich wollte, ich bin noch auf eine Info gestoßen, die mir selber nicht bewusst war Mit diesen illegalisierten Beschäftigungsverhältnissen Ein Betriebsrat bei Amazon schätzt, dass in seinem Betrieb in der Nähe von Hamburg 90% der 2300 Beschäftigten Menschen aus Drittstaaten mit unsicheren Aufenthaltsverhältnissen sind Also das sind weder die Gastarbeiter, wie man sie früher genannt hat Noch die europäischen Kollegen aus dem Nachbarland Sondern das sind wirklich diejenigen, die im Zweifelsfalle, also so schnell hier wieder verschwunden sein können Nach ihrer rechten, prekären Rechten Das sind diejenigen, die jetzt Amazon beschäftigen Und während Leute, die zum Beispiel so einen Duldungsstatus haben, geholfen wären, wenn bei Auslauben dieses Duldungsstatus sie ein festes Beschäftigungsverhältnis bekommen könnten Macht Amazon das nicht Man lässt die eigenen Beschäftigten, die man vielleicht ein halbes oder ein Jahr oder sonst wie für wenig Geld hat schuften lassen Dann aber in die Abschiebung gehen Das ist schon eine Art von Umgang Also finde ich schon ziemlich erbärmlich Aber gut Ja, danke Damit hätten wir jetzt die erste Fragerunde und es wäre Zeit für eure Fragen Kannst du irgendwie ein Mikro nehmen? Genau Und wir sammeln drei Fragen, würde gehen und wir sind ja progressiv, also wir würden das so ein bisschen quotiert machen, also Geschlechter wechseln Ja, und danke gerne Gibt es einfach keine Hauptunternehmerhaftung Das heißt, wenn ein Unternehmen zum Beispiel im Bausektor einen großen Auftrag aus der Vergabe bekommt und 20 Subunternehmer reinzieht, wo irgendwo was illegales läuft Dann kommt der Staat am Ende nicht und sagt, hier du hast den Estrichboden verlegt bekommen, du hast das Gebäude gebaut bekommen, du hast schon einen Vorteil gezogen Wir entziehen ihn, wir entziehen ihn, die weder unabhängig davon, ob die das selbst gemacht haben oder ob die Subunternehmer ausgebeutet und benutzt haben Also der Staat müsste nach meiner Meinung, und da würde ich auch um eure Meinung bitten, durchaus auch mal so die Konsequenz aus dieser Handlung ein Stück weit verfolgen Im Interesse der Bürger, im Interesse, dass das nicht strukturiert passiert Weil gerade im Baubereich, da reden wir teilweise von Steuertationen, die im Jahr 2019 auf über 142 Milliarden Euro festgelegt wurden Das waren die, die man feststellen konnte Also Euro-Mehr-Mann dazu würde ich ganz freuen Also Kapitalismus, ob man den komplett abschauen kann, ist eine andere Frage Aber Kontrollmöglichkeiten, dass der Staat für die Bürger mehr Kontrollmittel einsetzt Das wäre nach meinem Dafürhalten der wichtige Weg Dankeschön Welches Milliarden oder Millionen Milliarden? 142 Milliarden, die denn so viele Steuern in Deutschland? Wir können uns im Anschluss auch nochmal ein bisschen unterhalten Es gibt im Übrigen auch Getränke und ich glaube auch später nochmal von der RLS ein Catering Genau, wer hätte denn noch Fragen? Ja, dann Ich wollte mal kurz darauf hinweisen, dass natürlich die ganze Vermogenheit, was ihr ja angesprochen habt, noch komplexer ist Erstmal ist es ja wichtig, wir brauchen auch eine Sozialunion in Europa Warum? Der unmittelbare Überlebenskampf in Südosteuropa, Südeuropa, der ist deutlich schlimmer als hier Und das erzwingt ja viele Menschen, nicht nur Arbeitsbekannten, aber gerade sie auch in den Westen zu kommen Also West, Ober, Nord, Ober und so weiter Die informellen Arbeitssektoren, Subsektoren sind deutlich in vielen europäischen Ländern des Südostens deutlich größer wie hier Es gibt hier auch informelle Arbeitssektoren, aber dort viel größer Also das sollte doch erstmal der Ansatz sein, um überhaupt eine soziale, gerechte, menschenwürdige Arbeitssektoren für alle Menschen in allen Ekonikten zu schaffen Da wollte ich zunächst mal darauf hinweisen Das ist eigentlich das Standbein, um wirklich für soziale Gerechtigkeit sorgen zu können, oder? Und noch in eine Frage gepackt Und dann habe ich, glaube ich, noch Axels Händchen gesehen Warte, du musst ins Mikro sprechen, weil wir nehmen ja die Veranstaltung auf Genau, danke Ja, geht in eine ähnliche Richtung Also die ganzen Problemlagen hier ist dargestellt worden Das ist ja ultra komplex Und wir hatten das auch im Zusammenhang mit Gräfenhausen, als wir im Landtag darüber debattiert haben Da hieß es, ja, da ist der Zoll zuständig, da ist das Regierungspräsidium zuständig und da ist die EU zuständig Also das waren alle immer zuständig außer im Landesparlament Meine Frage ist sozusagen, seht ihr irgendwelche Hebel, wo man sagen kann, ja, es gibt bestimmte Punkte, die sind so zentral in diesem komplexen Geflecht Die anzugreifen würde sich wirklich lohnen, um eine grundlegende Veränderung der Verhältnisse herbeizuführen Weil das, was ich hier jetzt gehört habe, werde ich ja selbst ganz sprültig Und verschiedene Problemlagen, die objektiv vorhanden sind Aber sozusagen als Politik würde ich ja fragen, was kann ein Ansatzpunkt sein, um das Ganze aufzuknippen Also mein Eindruck ist zum Beispiel, die Frage der Kontrollen scheint mir eine ganz zentrale Frage zu sein Weil, was nützt einem das schönste Gesetz und die schönste Rechtslage, wenn sie im praktischen Leben aber real nicht umgesetzt ist Das wäre aus meiner Sicht ein solcher Punkt, aber möglicherweise sind hier ja ganz andere Punkte, wo man sagen kann, das wäre ein Ansatzpunkt, den wir auch populär sozusagen fordern können Und wenn wir das machen, dann wäre es zumindest schon mal ein schön weiter Okay, dann, wer möchte denn zuerst antworten? Soll ich einfach, Anna? Ja, soll ich auf alle Fragen jetzt antworten? Auf die? Ja, genau Naja, vielleicht mache ich so ein bisschen eine Kombination Also mit der Hauptunternehmerhaftung, das finde ich einen total spannenden Punkt Also man muss natürlich präzisieren, es gibt eine Auftraggeberhaftung und die ist auch total wichtig für unsere Beratung Weil gerade wenn dann der Subunternehmer im Bau irgendwie verschwindet und die letzten drei Löhne nicht gezahlt hat Dann kann man natürlich die zumindest netto Mindestlöhne für gearbeitete Stunden vom Auftraggeber fordern Der Haken daran, und das ist ja schon was anderes als das, was du gesagt hast, ist natürlich, dass das immer so eine individualrechtliche Durchsetzung bleibt Das ist dann letztlich, wenn wir beim Beispielbau bleiben, der einzelne Bauarbeiter, der das einfordern muss Und der, wenn sich der Auftraggeber stur stellt, halt das vom Gericht durchfechten muss Und am Ende gibt das Gericht ihm recht und er hat sein Geld immer noch nicht Dann muss er noch irgendwie, ja eine Vollstreckung irgendwie veranlassen und so weiter Und das ist ja ein riesen Aufwand, der auch Ressourcen, also zeitliche finanzielle Bildungsressourcen und alles beansprucht Also das heißt, es ist ja auch, glaube ich, hier im Raum wahrscheinlich allen klar, dass Individuen auch vor dem Recht nicht gleich sind Und dass auch da die Arbeitgeberseite es sehr viel leichter hat Bessere Ausgangsvoraussetzungen als halt die individuelle Person Erst recht, also ja, einfach weil es kostet und weil man sich auskennen muss und so weiter Und das könnte man vielleicht dann den Punkt zu deiner Frage, die Kurve, wenn man an der Stelle das Individuum, also wenn wir jetzt nur vor dem gegebenen Recht diskutieren Das Individuum stärken könnte, dieses Recht auch durchzusetzen Das ist auf der einen Seite ein Verbandsklagerecht für solche Sachen, das wir in Deutschland nicht haben Also im Umweltbereich gibt es das meines Wissens, aber nicht im Bereich Arbeit Sowas wie eine Arbeiterkammer oder eine Arbeitsinspektion, was es in Litauen gibt, in Polen, in Rumänien, in Österreich Aber nicht in Deutschland, also eine Institution, die, wenn ich als Arbeitnehmerin da hinschreibe Und da schreibe ich zwei Sätze, ich habe mein Geld nicht bekommen, hier ist mein Arbeitsvertrag Dann muss diese Behörde dem nachgehen Also was dann am Ende dabei rumkommt, dann haben wir das gleiche Problem hier wie mit den Entscheidungen vom Arbeitsgericht Dann kommen die Ratsuchenden zu uns mit der Entscheidung, ja die rumänische Arbeitsinspektion hat gesagt Der Arbeitgeber muss mir jetzt das Geld geben, ich habe es aber immer noch nicht Okay, aber da hat man immerhin so eine Institution, das ist natürlich auch ein Druckmittel Das schon mal wieder, genau, was es einfach in Deutschland überhaupt nicht gibt Also ich würde sagen, auch im Vergleich zu anderen Ländern nochmal, ist die Arbeitnehmerin besonders schwach In Deutschland und zur Sozialunion würde ich einfach nur noch sagen Ja, es geht ja auch nicht nur darum, bessere Arbeitsplätze in allen Ländern Und was das Wirtschaften in verschiedenen EU-Ländern angeht Sondern es geht ja auch um die sozialen Rechte Dann habe ich irgendwie 15 Jahre irgendwie auf dem Bau in Deutschland unter irgendwelchen widrigen Bedingungen geschafft Und nichts irgendwie an Rentenansprüchen angesammelt Wenn ich dann irgendwann zum Beispiel nach Rumänien gehe und da irgendwie mit Leuten, die mir nahestehen, wohnen will Habe aber keinerlei Ansprüche angesammelt, weil einfach auch die Koordinierung von diesen sozialen Rechten total schlecht funktioniert Also ein Riesenaufwand ist und ja, häufig nicht funktioniert Ja, ich möchte dir auch nochmal was zu den drei Fragen sagen Na, ich versuche es nochmal kurz zu machen Also das mit den Kontrollen, das ist halt eine zweischneidige Sache Weil so wie es im Moment überwiegend läuft, wird kontrolliert Und im einfachsten Falle sind die einzelnen Beschäftigungen, die zum Beispiel dann keine Arbeitserlaubnis oder keinen Aufenthaltstitel haben Dann diejenigen, die bestraft werden, aber nicht der Arbeitgeber, der sie eingestellt hat Also das ist ein Riesenproblem und da fehlt auch die, wie soll ich sagen So eine Aufsichtskultur, wie man das wahrscheinlich heute nennen würde Die da wirklich rangehen will Also das wird in der Form nicht verfolgt Und wenn ich das jetzt mal als Finanzpolitiker, der ich mal war, sagen würde Das wird auch bei der Geldwäsche nicht verfolgt Also es gibt keine Aufsicht, die von vornherein einschreitet, wenn man sieht, da geht was schief Sondern man versucht dann im Einzelfall nachzuweisen, dass da jemand was falsch gemacht hat Das ist tatsächlich, ob es die Arbeit der Kammer wäre, ja Also so eine Einrichtung, die auch Durchgriffsrechte dann hinterher hätte Das wäre wichtig Die Finanzkonsole Schwarzarbeit vom Zoll ist nicht schlecht Vielleicht ist es schon besser geworden, als es so die letzten Jahre ist, aber macht das eben auch nicht Und das ist, also da gibt es keine einfache Lösung, aber das muss auf jeden Fall anders werden Das muss besser werden Und diese umfassende rechtliche Absicherung bei hier gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen dann auch Wenn man wieder in sein Heimatland oder Ursprungsland zurückkehrt, dort nutzen zu können Das ist ja eigentlich unfassbar, dass das nicht sauber geregelt ist Also man erarbeitet sich hier in Deutschland Ansprüche Und wenn man dann das Deutschland wieder verlässt, war es das, was soll das für eine Europäische Union sein? Ja, ich glaube die wesentlichsten Punkte wurden schon beantwortet Zu dem letzten, in der Arbeitgeberinsaktionsrichtlinie steht auch drin Also sprich, das was hätte einbezahlt werden sollen, muss einem ausbezahlt werden Naja, wie soll ich das denn verfolgen, wenn ich irgendwo, sagen wir mal in Ghana bin Und zur deutschen Botschaft gehen muss und sich irgendjemand für mich verantwortlich fühlen muss Um Rentenversicherungsansprüche geltend zu machen Also da fehlt es halt einfach Also insofern Und ich glaube zu allen anderen Punkten, wenn wir über informelle Sektoren nochmal woanders sprechen Über Motivation Das wird Gegenstand meiner späteren Wortbeiträge sein Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, ob ich die Fragen dann beantworte Und wenn nicht, dann bin ich euch noch eine Antwort schuldig Und ihr werde ich dann noch nachkommen Ja, dann gehen wir in die zweite Frage Ohne, es hat im Übrigen sehr gut geklappt Also wir sind zeitlich noch, so wir machen natürlich eine Viertelstunde länger Wir haben ja eine Viertelstunde später angefangen Genau Also ich würde einfach gerne nochmal ein bisschen mehr aus deinem Arbeitsalltag hören Also welche Menschen rufen denn bei dir an Mit welchen Realitäten sind die Du hast es eben so ein bisschen schon angeschnitten Und was mich natürlich als Europakandidatin interessiert Die Tools, die du zur Verfügung hast Also wir hatten es eben schon mit in Senderichtlinie Lieferkettengesetz Ist jetzt ein deutsches Gesetz Aber Lieferkettenrichtlinie Wäre ja fast noch weitreichender gewesen in der ursprünglichen Form Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel auch Dass man seine Arbeitszeit auch elektronisch erfassen muss Von europäischer Ebene Solche Tools helfen die Die faire Arbeitsbedingungen innerhalb der EU zu organisieren Ist eine weitläufige Frage Ja, wenn ich das vergesse Erinnere mich gleich nochmal an das mit der Arbeitsaufzeichnung Also Was passiert bei uns insgesamt Ich habe ja schon gesagt Faire Mobilität hat 13 Standorte in ganz Deutschland Also ich glaube 38.000 Leute Haben sich in irgendeiner Form an faire Mobilität Letztes Jahr gewendet Hier in Frankfurt hatten wir 1256 Fälle Aber genau das Stichwort Greffenhausen ist schon gefallen Es gab zwei Proteste Das war jeweils ein Fall Also das sind auch Gruppenfälle dabei Also die sind selten so groß und so arbeitsaufwendig wie Greffenhausen Aber viele ziehen sich schon über viele Monate auch Genau und die meisten Fälle bearbeiten wir eben auf Polnisch und Rumänisch Aber das sind auch ein bisschen so statistische Effekte Da haben wir halt auch die meisten Beraterinnen, die das sprechen Dann können auch die meisten Fälle bearbeitet werden Aber es sind auch große wichtige Gruppen Und das Manchmal ist es eine einfache Infofrage Also jetzt hatte ich gerade Urlaub Die letzte Mail vor meinem Urlaub, die mich erreicht hat Da schrieb mir ein belarussischer Lkw-Fahrer Der beim liturgischen Unternehmen beschäftigt ist Ich hätte gerne so etwas wie eine Lohnabrechnung Mein Arbeitgeber will mir das nicht geben Habe ich nicht Anspruch auf eine Lohnabrechnung Ja, das ist in dem Sinne eine Infofrage Dann kann man sagen Ja, darauf hast du recht Und in Litauen gibt es auch die folgende Sozialversicherungsbehörde Da kannst du dich auch anmelden Und sagen, bitte schicken Sie mir regelmäßig eine E-Mail In der Sie mir Auskunft geben Ob mein Arbeitgeber meine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat Kann man in Litauen machen Das ist zum Beispiel auch eine super Sache Wäre ich auch froh, wenn ich das auch allen Leuten raten könnte Die einen deutschen Arbeitgeber haben Aber meistens wenden sich natürlich Leute an uns Die schon ein Problem haben Und nicht nur Also das ist eigentlich auch schon ein Problem Aber die nicht nur eine Information wollen Meistens mit einem akuten Problem Meistens sind die Probleme auch multipl Also oder vielseitig Also zum Beispiel, wenn es irgendwie um eine mündliche Kündigung geht Dann geht es gleichzeitig auch Also meistens um Arbeitslosengeld Um ausstehende Löhne Wie gesagt, häufig um die Unterkunft oder sowas Und es kommt halt auch immer wieder vor Dass Leute schon aus einer akuten Notlage heraus anrufen Also sowas wie Ich wurde gerade auf die Straße geschmissen Ich habe kein Geld Und ich weiß jetzt nicht wohin Oder sowas in der Sache Und also die Top-Gründe bei uns auch statistisch gesehen sind Entlohnung Ich habe mein letztes, meine letzten zwei, meine letzten drei Gehälter nicht bekommen Ich habe nicht genug Geld bekommen Es wurde irgendwas einbehalten Oder ich wurde gekündigt Die ich eben schon gesprochen habe Dies ein total nützliches Tool Weil es halt natürlich auch häufig schon hilft Wenn man zum Beispiel die Löhne beim Auftraggeber geltend macht Also das hatte ich gerade Auf die Art und Weise hat sich während meines Urlaubs ein Fall gelöst Weil nachdem dann die E-Mail an den Auftraggeber ging Und der dann seinem Auftragnehmer gesagt hat Kannst du mir mal bitte diese Probleme vom Hals halten Hat der plötzlich ganz schnell den Arbeitnehmer bei der Sozialversicherung angemeldet Und Lohnabrechnungen geschickt und will jetzt auch Geld bezahlen Also das ist etwas sehr Nützliches Es gibt aber auch den umgekehrten Fall Der sich zum Beispiel über meinen Urlaub leider nicht gelöst hat Wo ein Auftraggeber im Bereich Spedition, Transport Dem wir sehr eindeutig nachweisen können Dass der rumänische Fahrer, der bei einer rumänischen Firma beschäftigt war Dann im Auftrag von einer deutschen Firma gefahren ist Die wiederum alle Aufträge für eine andere deutsche Firma Also man hat auch immer diese Verkettung Im Container im Duisburger Hafen gefahren ist Der kann nachweisen, alle Aufträge hat er für diese Firma gefahren Und die Firma sagt aber immer noch Nee, 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 der muss ja erstmal beweisen Dass er überhaupt für uns gefahren ist Wir weisen das irgendwie alles zurück Also da hat man eigentlich nützliche Tools Auch das Lieferkettengesetz Das ist jetzt in dem Fall die nächste Karte, die wir ziehen werden Wo wir dann sagen werden Ja, lieber Containerspediteur Wenn du so nicht willst, dann kontaktieren wir jetzt halt deine Kunden Und sagen denen, dass halt in ihrer Lieferkette massiv gegen das schöne neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz verstoßen wird Und dann reden wir halt da nochmal darüber Ob du das wirklich alles nicht nachvollziehen kannst Also das ist schon was sehr, sehr Nützliches Aber das zieht sich alles ewig Und das ist halt irgendwie sehr, 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 sehr zäh einfach Wenn man das Individuum für Individuum so durchkämpfen muss Ja, deswegen müssen wir auch manche Sachen einfach politisch erkämpfen Und es war natürlich auch schön, wenn wir irgendwie als Gewerkschafter alle in Urlaub gehen können Und unsere Probleme lösen sich über den Urlaub Dann hätte ich auf jeden Fall gerne ganz viel Urlaub Welche Schwierigkeiten stellen sich aus rechtlicher Perspektive Bei der Regelung von fairen Arbeitsbedingungen auf der EU Also jetzt sind wir auf der EU-Ebene, nicht die Bundesebene Nathalie Ja, die resultieren zum einen aus der Natur und den Logiken der einzelnen Politikbereiche Die da zur Anwendung kommen Und vor allem auch zur Ausgestaltung auf EU-Ebene Und vor allem, dass unterschiedliche Interessen von Mitgliedstaaten zusammenkommen Die da irgendwie miteinander in Einklang gebracht werden Ich möchte das jetzt exemplarisch an der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Und dann an der Einwanderungspolitik nochmal versuchen zu verdeutlichen Also zum einen bei der Sozialpolitik ist es eben so Dass die Union da auch nur eine geteilte Zuständigkeit hat Sie hat die Befugnis, die Zusammenarbeit zu regeln und eine Rechtssetzungsbefugnis Aber diese Rechtssetzungsbefugnis ist nur auf den Erlass von Mindeststandards gerichtet Und es gibt noch einzelne Anwendungsfälle, wo es auch eine Einstimmigkeit im Rat braucht Also sprich, man fragt sich schon erstmal Auf welche Kompetenz kann ich überhaupt diese Richtlinie stützen Dann gibt es da sehr, sehr viel Streit Das haben wir zum Beispiel gesehen bei der Mindestlohnrichtlinie Wo bis heute Mitgliedstaaten sagen, dazu hatte die Union aber überhaupt nicht die Kompetenz Das wird dann vom EuGH weiter ausgetragen etc. Also versucht man sich dann irgendwie hinter den Türen auf irgendeinen Vorschlag zu einigen Wo dann die Welle flach gehalten werden Oder wir haben es jetzt auch bei der Plattformarbeit gesehen, die Richtlinie Da gab es jetzt eine erste Einigung im Rat Das Europäische Parlament ist jetzt dran Da sollte es eigentlich, also Ziel dieser Richtlinie war Dass man die Beschäftigungsverhältnisse von PlattformarbeiterInnen Tatsächlich auch als Arbeitsverhältnis und sie nicht als Selbstständige begreift So, Problem Man wollte eigentlich in der ganzen Europäischen Union für jedes Mitgliedstaat Verbindliche Kriterien festlegen Unter den und den Voraussetzungen müsst ihr von einem Beschäftigungsverhältnis aussehen Das wurde jetzt blockiert maßgeblich von Frankreich und Deutschland Und jetzt gibt es eben nur eine Vermutung dafür, dass so ein Arbeitsverhältnis vorliegt Aber wann die Mitgliedstaaten es anwenden, das bleibt ihnen überlassen Und jetzt haben wir natürlich noch erschwerend Kommt dann hinzu, wenn es dann noch um Einwanderungsfragen geht Das haben wir zum Beispiel bei diesem Verfahren von der Also man muss sagen, es gibt keine Richtlinie, die direkt die Situation für Menschen ohne Aufenthalt Die beschäftigt werden, adressiert innerhalb der Sozialpolitik Es gibt keine Richtlinie, die das auf EU-Ebene innerhalb der Sozialpolitik adressiert Aber die Mitgliedstaaten können sich da keinen schlanken Fuß machen Es gibt zum Beispiel eine Richtlinie, die vorsieht, dass wenn mein Arbeitgeber in Insolvenz geht Dass dann trotzdem noch meine Lohnansprüche gesichert sind Da hat ein Mitgliedstaat mal versucht, ah nee, du hast keinen rechtmäßigen Aufenthalt Deswegen fällst du gar nicht unter die Richtlinie Da hat der EuGH gesagt, nein, ihr könnt die Person nicht davon ausschließen Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ihr die Person anders wandelt als sie Alle sollen davor geschützt werden, ihre Ansprüche tatsächlich geltend zu machen Aber im Bereich der Migration kommt dann eben noch hinzu Dass die Mitgliedstaaten hier besonders ihre Einwanderungskontrollen sichern wollen Also sie wollen sichern, dass Menschen, dass sie selbst erstmal die Voraussetzungen festlegen Um zu verhindern, dass mehr Menschen gezielt nach Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten Das ist durch die Sozialwissenschaft als Push-Pull-Faktoren, die wurden schon lange widerlegt Die Politik orientiert sich trotzdem noch maßgeblich danach In den 70er Jahren hat man eben versucht, einen sehr fortschrittlichen Weg in der Europäischen Union einzugehen Die Kommission hatte da versucht, die Rechtsstellung von Migrantinnen in diesen Beschäftigungsverhältnissen zu stärken Das hat aber nicht geklappt, weil das blockiert wurde von den Mitgliedstaaten Und das, was wir jetzt bekommen haben, 30 Jahre später, ist die Arbeitgeberinsanktionsrichtlinie Die die einzige Richtlinie ist, die eben direkt die Situation von Menschen ohne Aufenthalt in Beschäftigungsverhältnissen adressiert Aber eben Verstöße gegen das Einwanderungsrecht verhindern will Also es hat das Ziel, illegalisierte Migration zu bekämpfen, indem man diese Beschäftigung nicht haben will Und das ist ein Konstruktionsfehler Es geht nicht darum, die Rechtsstellung der Person zu stärken Weil eben da die Mitgliedstaaten sehr, sehr viel mitreden und ihre Macht behalten wollen Und dadurch natürlich auch den Mitgliedstaaten selbst überlassen wird Unter welchen Voraussetzungen können sie dann Menschen zulassen oder eben nicht Also das sind, ja, und Menschen mit wenig wirtschaftlichen Mitteln, Qualifikationen sollen natürlich auch keinen Zugang bekommen Weil dann keine Flucht in Sozialsysteme etc. Das sind alles Ausgangsvoraussetzungen, die da eine Rolle spielen Die sich über die Jahre leider trotz der Faktenlage, die eine andere ist, als Glaubenssätze manifestiert haben Ja, dann vielleicht noch eine letzte Frage an dich Also man hört ja überall irgendwie, es gibt einen Fachkräftemangel Und es gibt einen Fachkräftemangel auch in der LKW-Branche eigentlich überall Also wieso kommt, also wo, was sind politische Gründe dafür, dass man Menschen trotzdem noch so ungleich behandelt Auch wenn sie hierher kommen und hierher migrieren und vielleicht sich hier auch ein Leben aufbauen wollen Weil wir brauchen ja tatsächlich eigentlich auch Menschen, die hier arbeiten möchten Und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen auch auf die Ausbildung zu Und es hat Nathalie auch gesagt, dass Menschen hier ausgebildet werden und sie werden während der Ausbildung abgeschoben Also wie kann man sowas begründen und warum ändert sich da nichts? Oder warum will man das nicht ändern? Naja, das ist jetzt wirklich eine Frage, die ja sehr weit geht Weil wir haben ja alle erlebt, wie sich in den letzten zehn Jahren die Diskussion um Menschen nicht deutscher Herkunft in Deutschland verschoben hat Und das macht es alles zusätzlich schwieriger Also wenn man einerseits sagt, man hat zu wenig Fachkräfte Und dann schickt man junge Afghanen oder junge Syrer, die nach Ausbildung in einem besuchten Beruf angefangen haben Schickt man wieder außer Landes, weil man sagt, ihr habt jetzt keinen Aufenthaltstitel mehr Und die Handwerksinnung vor Ort geht auf die Barrikaden Weil sie froh sind, dass sie endlich mal ein paar Jugendliche gefunden haben, die das machen wollen Das ist natürlich politischer Irrsinn Der lässt sich auch nicht wirklich rational erklären Da spielen Dinge eine Rolle, wo dann irgendein Entscheidungsträger kein Rückgrat hat Oder eine Auseinandersetzung nicht machen wollen Der zugrund liegende Mechanismus ist tatsächlich, dass die Rechtsetzung immer noch nicht weit genug geht Um so etwas rechtssicher verhindern zu können Also da müssen wir ja gleich nochmal reden, was muss getan werden Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon mal drauf eingehen soll Oder ob du noch eine Fragerunde vorgesehen hast, weiß ich gar nicht Es kommt noch ein Ausblick Es kommt noch ein Ausblick, dann hebe ich mir das für den Ausblick auf Dann können wir nochmal darüber reden, wo die Stellschrauben sind Wo aus unserer Sicht in den nächsten Jahren unbedingt was passieren muss Ja, unbefriedigende Antwort, ich weiß Aber ich habe keine bessere, muss ich ehrlich sagen Ja, dann würde ich wieder Fragen von euch zulassen Ja, erst so vielen Dank für die Beiträge Ich wollte nachfragen nach dieser Arbeitspflicht dem Asylbewerberleistungsgesetz Die da steht und die jetzt irgendwie in Thüringen auch Anwendung findet Im Landkreis, glaube ich zu Centbeträgen pro Stunde Dazu mal eine Einschätzung hören, weil das mit Mindestlohn ja nicht vereinbar ist Und sonst, genau Da vorne dran war noch eine Frage Ja, ich wollte da mal kurz anschließen Ich würde es ein bisschen präziser auffassen wollen Also genau genommen Natürlich gibt es auch andere Länder, die haben einen ziemlich hohen Anteil an Rentnern und Rentnern Aber in Deutschland ist es besonders ausgedrückt Wir haben jedes Jahr etwa 300.000 mehr Rentnern und Rentnern, die in Rente gehen Als nachrücken durch die Bildungssysteme, die einzahlen in die Sozialsysteme Nach der Forschung ist es jetzt so und klar Dass man sagt, wenn man das auf die Jahre berechnet Bräuchte allein Deutschland weit mehr als eine Million Einwanderer im Jahr Im Jahr Um überhaupt dieses Ganze Die ganzen Sozialsysteme und so weiter Rentensysteme auf Dauer aufrechterhalten zu können Das heißt, wir sind mehr auf Einwanderungen und Einwanderungswellen angewiesen Wie andere Länder zunächst Das bedeutet natürlich Da muss man sich natürlich überlegen Wie weit will man gehen in der Konzeption auch von der Linken aus Wir haben ja ganz gute Ansätze, keine Frage Aber es sollte noch ein bisschen weiter gehen Das wird so nicht funktionieren können Und was die Rechten da sagen Privatisierung Also totale Privatisierung des Rentensystems Kann auch nicht funktionieren Weil viele Menschen gar nicht sich die teuren Beiträge auch leisten können Auf Dauer Also auch da haben wir wieder das, was ich vorhin gesagt habe Ohne einen grundlegenden ausgebauten Sozialstaat Plus mehr Migrations- und Einwanderungswellen Gerade in unserem Land Wird das nicht gehen können Haben wir denn noch Fragen? Aber es geht um die Verpflichtung von Menschen, die Asyl beantragt haben Das würde ich also an Nathalie und Jörg tatsächlich verorten Ja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Aber ich habe ja gerade eben schon dargelegt Dass der Zugang von Geflüchteten zur Arbeit als solcher Ja natürlich auch eingeschränkt ist Also das ist meiner Meinung nach absoluter Käse Es wurde auch schon Man kann ja nicht Leute zur Arbeit verpflichten Ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten Also das ist Ja, das verstößt man mindestens gegen die allgemeine Handlungsfreiheit Ich müsste mir nochmal umfassender Gedanken machen Was man da nicht noch alles ansetzen kann Zwangsarbeit etc. Auf jeden Fall absoluter Humbug Aber da sieht man natürlich auch Und deswegen Ihr Wortbeitrag Ich weiß jetzt leider nicht, wie du heißt Ich hoffe es okay, dich tut so Das ist so ein bisschen das Schwierige Wir dürfen uns nicht in dem Ziel Die Situation von Menschen, die hier ausgebeutet werden Zu stärken In diesen Verwertungslogiken Selbst wiederfinden Das ist so ein bisschen schwierig Weil einerseits sagen wir Hey, wir finden es blöd Dass ihr den Zugang nur für Hochqualifizierte Für die, die schon genug in die Sozialkassen einzahlen Zulassen Aber gleichzeitig sagen wir Naja, aber ihr braucht die doch Um euer kapitalistisches System aufrechtzuerhalten Also deswegen müssen wir ein bisschen Vorsichtig sein Diese Logiken eins zu eins zu übernehmen Natürlich brauchen wir die Menschen Aber es ist wichtig Die Menschen auch als Teil der Gesellschaft wahrzunehmen Und zu sagen Wir leben in einer Migrationsgesellschaft Das haben wir schon immer getan Auch vor 2015 Auch vor 1970 Und wir leben aber auch in einer Welt In der Grenzen künstlich aufgezogen worden sind In einer postkolonialen Gesellschaft Auf einer Welt, in der nicht jede Person Die gleichen Möglichkeiten hat Und lasst uns darüber nachdenken Und aus dieser Motivation Vielleicht international solidarische Lösungsansätze finden Anstatt dann über unsere eigenen Rentenansprüche nachzudenken Die dann eine Person, die aber auch genug Einzahlt sichern soll Also das ist so ein bisschen das Schwierige Wir können uns gerne noch mal nach der Veranstaltung Hier über die Zwangsarbeitsklausel unterhalten Weil ich dazu noch gute Beiträge habe Aber kein Internet habe Anschließend kann ich die gerne noch weitergeben Wenn dazu Interesse besteht Also aus meiner Sicht Ohne den Zugang zu Arbeit Zu Sprachkursen, zu etc. Was alles von Ehrenamtlichen geleistet wird Wir haben es ja mitbekommen Die Kürzungen im Sozialhaushalt Ist das einfach wieder nur Eine absolute Einschränkung von Personen Um ihnen zu zeigen Du hast hier keine Möglichkeiten Du arbeitest hier so, wie wir das wollen Und die Aussichten sind eben so, wie sie sind Also das ist natürlich sehr, sehr zu verurteilen Genauso wie Bezahlkarten für Geflüchtete Wenn wir schon darüber sprechen Da kann ich das, was mir da rechtlich nicht passt Besser erklären Wenn dazu Interesse besteht Gerne auch noch später bei einer Apfelsaftschorle oder so Also ganz geradeaus Diese Zwangsarbeit für Asylsuchende Das ist populistischer Quatsch Und das wird auch nicht funktionieren Also erstens ist es natürlich ein hanebüchner Unfug Wenn man einerseits gesetzlich verbietet Dass Asylsuchende arbeiten dürfen Aber sie andererseits dazu zwingen will Dann doch irgendeine Arbeit zu machen Zweitens müsste man ja Arbeitsgelegenheiten definieren Wo sie nicht in Konkurrenz mit bereits bestehenden Anbietern und Anbieterinnen kommen Weil die würden sich ja schon wundern Warum jetzt auf einmal jemand zu einer Arbeit gezwungen werden soll Für ein Apping und ein Ei Der das nicht gelernt hat Während eine Firma, die das Angebot schon macht Ja dann in eine seltsame Konkurrenzsituation Also das ist wirklich Nicht nur moralisch Verurteilenswert, sage ich jetzt mal Sondern das ist für die Zeitung Aber nicht für die Wirklichkeit Genauso wie die Ankündigung Dass massenhaft abgeschoben werden soll Niemand kann massenhaft abschieben Wenn die Länder, aus denen die Menschen kommen Nicht bereit sind, sie wieder aufnehmen Es wird keine massenhaften Abschiebungen geben Und die sahanebüchenen Versuche Dann irgendwie auch noch Also in jedem Einzelfall Irgend so was durchzusetzen Das ist einfach widerlich Das muss ich echt sagen Aber es wird auch gar nicht funktionieren Und zu den Zahlen Andreas, jetzt aber nochmal Also da wäre ich jetzt wirklich Wirklich vorsichtig Das eine Argument ist Das haben wir immer wieder gesagt Man braucht nicht die gleiche Zahl Von Beschäftigten Um auch eine wachsende Zahl Von Rentnerinnen und Rentnern Zu finanzieren Wenn man entsprechende Effizienzsteigerungen in der Arbeit hat Und so weiter und so weiter Das zweite ist Wenn du dir die Kurven anguckst Dann, ich will jetzt nicht sagen Das Schlimmste ist schon vorbei Aber wenn jetzt mal Meine Alterskohorte in Rente ist Dann wird es danach Nicht mehr schlimmer Weil dann stabilisieren sich Dann stabilisieren sich einfach Die Bevölkerungszahlen wieder Und dann ist es nicht so Dass das ein ständiger Abstieg In den Abgrund wird Sondern dann gleichen sich Bestimmte Dinge wieder aus Aber selbstverständlich Also in der Linken ist jetzt Ich will nicht sagen Niemand gegen Einwanderung Wahrscheinlich gibt es auch da Leute Die andere Kritik haben Aber wir sind ja grundsätzlich dafür Dass Menschen Die nach Deutschland kommen Die hier leben wollen Dass Leute Die auf der Flucht sind Weil sie in dem Land In dem sie Im Moment leben Ihren Lebensunterhalt Nicht bestreiten können Weil sie politisch verfolgt werden Oder 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 Dass die hier Asyl finden Und dass dafür gesorgt wird Dass die genauso Wie der Rest der Bevölkerung Ein anständiges Leben führen kann Ja Aber nicht Um den deutschen Wirtschaftsstandort zu erhalten Sondern weil ihnen das Als Menschen Zusteht Und weil das im Grundgesetz So geregelt ist Dass sie ein Recht Auf Asyl haben Okay Ja und vielleicht auch noch mal Zum Arbeitszwang Von Asyl suchen Aus gewerkschaftlicher Sicht Also wir hatten auch so Anträge Und bei uns im Kreisparlament Also es ist halt auch schwierig Anträge zu stellen Man soll irgendwie Die Menschen Für Müllentsorgung einsetzen Ja das sind halt In Teilen auch Tarifgebundene Tätigkeiten Ja also Wo nach Tarif bezahlt wird Also wenn Mülldeponieren Über die Kreisverwaltung laufen Und das ist schon schwierig Da dann irgendwie zu sagen Für 70 Cent jemanden So arbeiten zu lassen Also es ist auch für uns Als Gewerkschafter Absolut nicht hinnehmbar Vielleicht das noch mal so Als Anmerkung Genau und dann Starten wir auch schon In die letzte Fragerunde Und so ein bisschen So einen Ausblick Zu geben Und dann würde ich Die erste Frage An Matali stellen Kann man ArbeitnehmerInnenrechte Auf EU-Ebene Für alle regeln? Geht das überhaupt? Die überraschende Antwort ist ja Wenn man es denn will Genau Und wie kann man das machen? Naja indem die Rechte Von ArbeitnehmerInnen In den Fokus gestellt werden Also indem man anerkennt Dass Menschen die arbeiten RechtsträgerInnen sind Dass sie sozioökonomische Menschenrechte haben Das Recht auf Arbeit Das Recht auf eine faire Bezahlung Etc Und da ist es eben so Dass es international gewährleistete Standards Also zum Beispiel Von den Vereinten Nationen Von der internationalen Arbeitsorganisation Etc gibt Die da deutlich über den Standard Den es in der Europäischen Union gibt Die darüber hinausgehen Und es ist nicht für alle Ewigkeiten Festgelegt Dass wir in der EU Nach Sektoren Also SaisonarbeiterInnen Unterschiedliche Tools geben Um ihre Rechte zu verfolgen Und überhaupt erstmal Einen anderen Fundus an Rechte zu haben Als im Vergleich zu hochqualifizierte Also man könnte ja auch mal überlegen Ob diese Unterscheidung Nach Sektoren überhaupt Sinn macht Und vor allem ist es auch relevant Dass in der Europäischen Union Auch das Verständnis dafür hergestellt wird Dass die Verflechtung Und die Integration Der nationalen Märkte So einen Standard hat Also so weit fortgeschritten ist Dass Maßnahmen sich eben Auf dem gesamten Binnenmarkt Also in der gesamten Europäischen Union Auswirken Also in dem Moment In dem ich eine Person In Deutschland Zu unfairen Arbeitsbedingungen Beschäftige Ihr weniger Lohn auszahle Hat das natürlich Auswirkungen Auf die Lohn- und Preisentwicklung Im gesamten Markt Und führt zu unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen Also wenn man schon In dieser Logik denkt Dann bitte Europäische Union Sieh zu Dass du hier eben Auch einen Handlungsauftrag hast Nach den Verträgen Den du nachgehen kannst Wenn dazu eben Der politische Wille besteht Und das ist eben das Was es dazu zu sagen gibt Es ist relevant Dass es Akteure auf EU-Ebene gibt Die diese Position stark machen Im Europäischen Parlament In der Kommission Die tatsächlich auch Überprüfen muss Ob das Recht So in der Anwendung Tatsächlich eingehalten wird Da besteht auch kein Hinreichendes Interesse daran Das dann auch tatsächlich zu tun Aber vor allem auch In Rat Europäischen Rat Etc Und da braucht es Menschen Die diese Interessen stark machen Aber ja Nach den Verträgen Ist das möglich Ja Was brauchen denn Gewerkschaften Beziehungsweise Beratungsstellen Von der EU Beratungsstellen Brauchen immer Mehr Beratungsstellen Und mehr BeraterInnen Vor allem aber In dem Fall Also Faire Mobilität Ist ja wirklich Jetzt Muss man sagen Ganz gut aufgestellt Auch wenn wir Mit dreimal so vielen Leuten Auch dreimal so viele Probleme Noch bearbeiten könnten Denn die gibt es Aber in anderen EU Mitgliedstaaten Gibt es ja solche Beratungsstellen Eben auch nicht Also wir haben Über sehr kleine Zeiträume Immer Als Projektfinanzierung So ein kleines EU-Netzwerk Wo es jeweils Eine Person In Polen Eine Person In Slowenien Eine Person In Österreich In Ungarn Und ich glaube Jetzt neuerdings Noch in Kroatien Und in Serbien Gibt Das ist auch Total schwierig Weil das dann Natürlich auch Immer kofinanziert Ist Und kleine Gewerkschaften Mit einem geringen Budget Sich das überhaupt Dann nicht leisten Können Und so weiter Also es wäre schon gut Wenn es Solche Beratungsstellen In allen Ländern Geben würde Auch Weil viele der Fälle Die wir bearbeiten Halt total Transnational sind Und es total sinnvoll wäre Dann Kolleginnen Anrufen zu können Zum Beispiel In Litauen Und zu sagen Könnt ihr mal Da zu der und der Stelle Kontakt aufnehmen Und herausfinden Was da und da Gelaufen ist Denn die Arbeitsverhältnisse Sind auch so Besonders in diesem Transportsektor Aber auch in den Anderen Branchen Und es gibt Und es gibt auch Gerade Aufgaben Aber dem Dem Recht Und den Arbeitgebenden Stärkt Dazu gehört auch Gewerkschaften Das muss ich sagen Gewerkschaften Die sich mal was Einfallen lassen Was man damit tut Also denn in Deutschland Die Gewerkschaften Reden Deutsch Und Deutsch Und manchmal Ein bisschen Englisch Und manchmal Gibt es einzelne Gewerkschafterinnen Die auch noch Was anderes können Aber Also ich hatte heute Noch wieder die Situation Mich hat ein Russischsprachiger Lkw-Fahrer angerufen Der bei einer Deutschen Spedition ist Der sagt Die sind 22 Leute Die wollen alle In die Gewerkschaft Aber sie finden Nichtmals das Formular Da habe ich gesagt Na gut Also das mit dem Beitritt Da kann ich euch Noch so gerade helfen Auf Russisch Aber glaubt nicht Dass wenn ihr dann Bei Verdi anruft Auf Russisch Jemand euren Fall Bearbeiten wird Das ist halt einfach Leider nicht so Und da müssten Gewerkschaften Sich einfach auch mal Modelle ausdenken Die dazu passen Wie transnational Dieser Arbeitsmarkt ist Und auch so Mehrsprachig werden Also tatsächlich Versucht man das Zumindest bei Verdi Und ich weiß auch Bei den Amazon-Werken Guckt man Dass man Hauptamtliche Auch einstellt Die natürlich die Sprachen Aber es ist natürlich schwierig Jörg hat es eben gesagt In 90% Von Also das sind ja dann Nicht nur eine Sprache Sondern das sind 10, 20 Und wir brauchen Ich glaube Aus Gewerkschaften Natürlich die Mitbestimmung Also Stärkung Von Mitbestimmung Im Betrieb Also du kannst ja Vielleicht auch noch mal Kurz darauf eingehen Wie ist das denn Der Logistik Also wir haben ein paar Logistikunternehmen In Gießen Aber so Betriebsräte Sind da halt auch Nicht wirklich Und auch ich glaube Generell Die Organisation Unter Kraftfahrern In Gewerkschaften Ist auch eher Nicht so gut Genau Also die ist total gering Also auch unter Deutschsprachigen Lkw-Fahrern Die sich mit Verdi Verständigen können Ist auch der Organisationsgrad Sehr sehr gering Dafür gibt es glaube ich Ja Viele Ursachen Aber natürlich Wäre das total Hilfreich Und natürlich Wenn Jetzt Sag ich mal In der Spedition Dieses betreffenden Russischsprachigen Fahrers der mich Heute angerufen hat Schon Betriebsrat Wäre Und Kolleginnen Die schon Gewerkschaftlich Organisiert sind Dann könnte man Natürlich auch Darüber viel mehr An Hilfestellung Und an Solidarität Und so weiter Organisieren Also ich habe ihn Das gar nicht gefragt Weil ich glaube ich Davon ausging Dass es eh nicht Der Fall ist Gute Idee Mache ich dann Wenn ich morgen Wieder weiter Mit ihm telefoniere Ja Das wäre natürlich Gut Ist aber genau In dem Sektor Überhaupt nicht der Fall Die betriebliche Selbstorganisierung Ist auf jeden Fall Glaube ich Sehr wichtig Und wir müssen Das natürlich Als Gewerkschafter Oder als hauptamtlich Auch fördern Tatsächlich In den Betrieben Und da würde ich Ja zustimmen Da sind wir leider Noch etwas Zu weiß Wenn man das So nennen kann Genau Dann meine letzte Frage An Jörg Was kann denn Die Linke Was andere Nicht können Und auch gerade So ein Hinblick Auf die Europawahlen Warum ist es so wichtig Dass wir Stark vertreten sind Im nächsten Europäischen Parlament Wenn sie gut ist Und das ist sie ja Häufig Dann kann sie sich Konsequent Auf die Seite Es gibt Es gibt Eine europäische Mindestlohnrichtlinie Deren Umsetzung In deutsches Recht Noch Aussteht Nach Vorgaben der Europäischen Union Sollte der Mindestlohn Mindestens 60% Des mittleren Gehalts betragen Also nicht Des Durchschnittsgehalts Sondern dessen Wo genau 50% Drüber Und die Hälfte Drunter ist Und das wären in Deutschland Im Moment 14,12 Euro Da sind wir noch nicht Das müsste geschehen Wir sind dafür Dass man die Entsenderrichtlinie Über die jetzt hier Verschiedlich gesprochen wird Im Moment ist Grundlegend überarbeiten muss Es muss mit einem Sozialversicherungsschutz Ab dem ersten Tag Gelten Die erworbenen Anrechte Müssen übertragbar sein Und auch mit Grenzüberschreiten Angerechnet werden können Wir sind unbedingt dafür Dass es klare Menschenwürdige Standards Bei Unterkünften Geben muss Für die Menschen Die hierher kommen Und über Also das wären so Ein paar Eckpunkte Und das dritte ist Was ebenfalls ansteht Ich habe vorhin Kurz darauf Angesprochen ist Dass die EU Eine Eine Richtlinie Oder eine Diskussion Um die Stärkung Der Tarifbindung führt Die Europäische Union Die einzelnen Mitgliedstaaten Im Einzelnen Und der Vorschlag Der Union Sieht im Moment vor Dass es einen Nationalen Aktionsplan Zur Stärkung Der Tarifbindung Geben muss Wenn die In Weniger als 80% Der Betriebe Nicht mehr Vorhanden ist In Deutschland Haben wir nur noch 50% Einfach sagen können Ne wollen wir nicht Und dann gibt es keinen Das könnte man Umdrehen Und sagen Wenn überhaupt Dann muss es eine Qualifizierte Mehrheit Dagegen geben Ich will jetzt nicht Müssen wir jetzt nicht Ins Einzelnen gehen Aber das würde Einfach die Situation In den Betrieben Völlig anders gestalten Und verändern Und zwei Sachen Noch zum Schluss Wir haben uns die Forderung von euch Zu eigen gemacht Dass die Beratungsstellen Europaweit Dauerhaft und ausreichend Finanziert werden müssen Weil das für die Beschäftigten einfach Eine wichtige Unterstützung ist Und Punkt 5 wäre Worüber wir auch schon Gesprochen haben Dass das Thema Der Kontrollen Und der Aufsichtskultur Die notwendig ist Um solche Verfehlungen zu Zu verfolgen Einfach Auf ein ganz anderes Niveau Gehoben werden muss Soweit Von meiner Seite Danke Ja Dankeschön Das wirft tatsächlich Noch eine Kleine Frage Bei mir auf Weil wir die nicht Beantwortet haben Wie werden denn Die Stellen Europaweit finanziert Und wie werdet Ihr finanziert Doch Ich habe es eben Kurz gesagt Also wir werden 90 Prozent Übers BMAS Und 10 Prozent Über den DGB Und die Einzelgewerkschaften Finanziert Also eigentlich Von der Bundesregierung Für die unabhängige Beratung Genau Dann hätten wir Vielleicht noch Zeit Für ein oder zwei Fragen Das würden wir glaube ich Noch hinbekommen Wenn es jetzt noch Nachfragen gibt Die Situation in Offenbach Würde mich noch mal Interessieren Falls da Sozialen Daten Und ja Ergebnisse gibt Oder ob das jetzt Also ich kann nur sagen Wir haben viele Beratungsfälle Natürlich auch aus Offenbach Also als Frankfurter Beratungsstelle Wir kümmern uns eh um Ganz Hessen Aber auch Also genau Wir haben auch eine Bundesweite Hotline Also ich habe es auch mit Fällen Aus Nordrhein-Westfalen Oder Bayern zu tun Also wir sind da nicht Auf Frankfurt beschränkt Das meiste bei uns Ist eh über Telefon Relativ wenig Vor Ort Beratung Weil die Leute halt auch Mobil sind Und keine Zeit haben Weil sie ja die ganze Zeit Irgendwo arbeiten müssen Genau Also da taucht Offenbach und Umgebung Häufig Auf Aber ich könnte jetzt nicht sagen So und so viele Fälle Oder die Branche Besonders Oder so Also wir haben es immer wieder Auch mit Bauunternehmen Die hier ansässig sind Und so zu tun Aber Ja Ja Dann bedanke ich mich Ich bedanke mich Dass ihr da wart Ich bedanke mich aber auch Dass ihr da wart Und hier an dem Panel Teil genommen habt Und jetzt habe ich noch ein paar Werbeblocks Bevor ich dann nochmal kurz An die RLS abgebe Genau Also das war jetzt Unsere vorletzte Veranstaltung Wir sind diese Woche Freitag nochmal In Witzenhausen Und da Reden wir über Die Klimapolitik der EU Das beginnt um 18 Uhr Und ich möchte nochmal Darauf hinweisen Weil wir es auch Eben ein paar Mal Angesprochen haben Lieferketten Richtlinien Lieferketten Gesetz Es gab in dieser Veranstaltungsreihe Mehrere Veranstaltungen Die sind aufgenommen worden Und die werden auf YouTube Bei der Rosa Luxemburg Stiftung Hochgestellt Und dann würde ich dir Das letzte Wort lassen Achso Und nochmal ein großes Danke an Mindlabs Media Die das hier Aufgenommen haben Dankeschön Ich möchte mich auch nochmal Ganz herzlich in der Rosa Luxemburg Stiftung Bedanken Dass ihr da wart Ich fand es mal eine sehr interessante Und anregende Diskussion Da hinten gibt es noch Ein Büchertisch Sie haben es schon erwähnt Aber ich habe es nochmal Da kann man sich auch bedienen Da gibt es ein paar Veröffentlichungen Von der Rosa Luxemburg Stiftung Aber Veränderung Mobilität Hat auch was ausgelegt Also es ist eine interessante Zusammenstellung Das Catering dürfte jetzt gleich da sein Und wir freuen uns Wenn ihr noch kurz verweilt Und was mit uns ist Dankeschön Danke Danke